Kannst du zufällig herkommen? Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Ich laufe gerade zur Fahrzeugstation. Na dann überfahre ich noch ein paar Spider-Ans. Hauptsache er rollt sich auf mich zu und ich überfahre ihn. Hast du dein Auto doch bei Intel? Ja. Kannst du den Quests wieder auswählen, den anderen? Weil ich weiß, glaube ich, ich habe Hellop gefunden. Ja, er greift mich aber schon an. Und der ist Feuerresistent. Und der hat sich verwacht. Wieso machen wir das nicht ganz einfach? Wieso machen wir das nicht ganz einfach wirklich? Wieso ist das denn? Wieso ist das denn? Ich habe eben paar Mal ein Sittetaggeschäft mit dem Bato. Ja, weil er so verletzt war. Voll, jetzt habe ich meine Waffe irgendwie gewechselt. Nein, wo ist mein Revolver? Da. Mein Revolver ist meine Seele. Das ist auch hier unten. Ja, hast du noch ein Auto hier? Äh, nein. Das hast du kaputt gemacht. Oh Gott. Ey, kann man eigentlich in die Dinge da rein? Guck mal, guck, da hängen so eine Geschütze dran. Da. Dann ist das Gebiet zu Ende. Und was bringt dieser Laser? Über die Gatling-Geschützen-Ziel. Nein, ich meine, ich schieße das Ding überhaupt auf ein. Nein. Aber das ist das Gebiet sowieso so. Ja, ich kann nicht mehr so. Ja, und was bringt ein denn die Dinge? Nicht. Geiler Schmuck. Waldreffer. So sind ein paar Feinde vor auf dem Weg. Sind ein paar mehr Frieden auf dem Weg. Merke ich schon. Knall heilharter Abknaller-Spider-End. Alter, warum hast du mir die übrig gelassen? Ich wollte keine. Erwischt. Ey, los, muss ich gerne auf. Dann wollen wir mal. Ich hab die Karre. Musstest du mir die übrig lassen? Ich hab'n Soldaten-Klass-Mod gefunden. Und will fast tot. Keine Ahnung. Ich bin tot. Ich auch. Ich muss auch mit dem Auto in alles reinfahren. Hier liegt ein Rack von dem Auto. Äh. Passt du ein Auto? Nein. Toll, dann will ich jetzt schämen. Du bist so bei einer Fahrzeugstation. Ja, toll, das hat mir bringt mir aber nichts. Wo bist du eigentlich? Da, wo der Quest ist. Die Frage, wo der Quest? Da, wo ist? Wie bist du denn da hingekommen? Mit dem Auto hingefahren. Ist dein Auto noch da? Nein, das ist grade in die Luft geflogen, wie ich schon gesagt habe. Probleme. Probleme. Wieso? Was hast du gemacht? Na, der einer hat berufen, Herr Jungs. Oh, da hat keiner. Oh, da hat keiner. Oh, da hat keiner. da sind alle meine Fussplatten schulden ja toll was machen wir jetzt ja dann machen wir gleich Schluss ja einen liegt noch warum ist die eigentlich eine Kirche die 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 Was ist das für die? Was ist das für die? Was ist das für die? Oh oh Was ist das für die? Ich weiß nicht, weil die Durven immer noch dafür bildet Nein, dann würden wir die Na, wie gefällt dir das Feuerwerk? Das Feuerwerk hat nichts verrückt Ich hab eins mit Feuerwalze Dann hab ich Säuren-Nova und Schock-Nova Guck mal, guck mal meine Schocken an Rot Blau Hast du eigentlich immer bunte Waffen? Ich bin immer noch mal auf dem, obwohl eigentlich... Ja, dann können wir ja jetzt aufhören, ne? Wir müssen noch zurückfahren an die Küste abgeben Wieso, das können wir auch im nächsten Part machen Schocken wir jetzt noch also machen bis jetzt Die Frage, warum hat sich schon lange abgebrochen hat mit aufgenommen? Das ist vor einer Minute ungefähr gesagt, dass die Festplatte voll ist Ja toll, und du nimmst nur auf, also haben wir keine Videos mehr wahrscheinlich Äh, nein, voll springt ab, wenn die Festplatte voll ist Das heißt, die Festplatte ist nicht voll Das heißt, wenn das betrückt Ey, da ist ein Schild von Pandora Das mit wenn das betrückt kann sowieso gut sein Und das Schild von Pandora hat grad explodiert Hat grad explodiert Aha, hat explodiert Oh, fein Ich nehm immer noch... Nicht durch! Na! Steige ein! Steige ein! Ich prügel mich auch grad, ne, nur so viel Ich denk mal, wenn das kann gut sein, weil der sagt 2% aus, dann die Festplatte 100 Gigabyte Die sind sowieso schon halb voll, aber ich muss mal ausmisten Ich muss mal ausmisten, oder? 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 Warum war der Speicherpunkt hier grad blau? Weiß ich nicht Ich weiß nicht Aber ich bin da zum Christen Den gebt ihr ab, damit wir endlich aufhören können Weg nur Aufhören 5 Die Leute dann guck jetzt, und, und, und Lenkrakenten! Fohlt alle 7 Sekunden eine Lenkrakete ab Aufhören Ich glaube ich sollte hier nicht lang rennen.